Heute ist der 15. November 2012. Ich bin in einem Revier weit, weit abgelegen. Hier gibt es sehr viele Makropolos. Hier unten grasen viele weibliche. Die Brunft scheint zu beginnen. Es ist ja überall Bewegung. Mal sehen, ob ich die anderen jetzt auch finde. Nein, zurück. Hier müssen auch noch einige. Jetzt haben sie mich mitgekriegt, was unten am Fluss war, die ich immer nicht füllen konnte. Gehen wir jeden Tag zur Tränke. Hier sind auch einige dabei. Gehen wir etwas näher rein. Das sind Weibliche mit einigen Männlichen. Die Brunft scheint wirklich schon zu beginnen. Hier sind auch einige Männliche schon drunter. Wie gesagt, ich schätze, dass es hier, was ich hier so überblicken kann. An die 200. Denn hier drüben auf dem Fluss sind noch sehr, sehr viele. Ich versuche dann gleich ranzuzoomen. Hier sind auch noch welche. Eine kleinere Gruppe. Ich zoome jetzt ganz hoch. Da stehen Steinböcke. Hier unten sind die Marco Polos. Irgendwo, dann sehen wir bis jetzt, hier gegen den Horizontsee Steinwild. Steinwild gibt es hier ohne Ende. Mindestens so viel wie Marco Polo, wenn nicht noch mehr. Aber das ist jetzt sehr, sehr weit. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie groß, wie stark. Ich sehe nur durch die Kamera jetzt heran. Ich muss das nochmal genau nachschauen. So, jetzt habe ich sie nochmal. Etwas weiter links geht ein Kapitaler. Den finde ich auch zurzeit durch den Kamerasucher nicht. Wie gesagt, das ist mindestens einen Kilometer weit. Und ich bin noch nicht da, wo man mir gesagt hat, wo die großen Kapitalen Steinböcke sind. Und die sind noch weiter hinten. Mal sehen, ob ich heute bis dahin komme. Ich bin jetzt um die nächste Biegung gegangen. Circa 400 Meter vor mir sehe ich zwei Kapitale. Mal sehen, ob er sich richtig dreht. Damit man die Drehung richtig hinein bekommt. Wie gesagt, ich bin nur einmal kurz um die Biegung eines. Jawohl, jetzt sieht man es. Ganz einwandfrei. Ich sehe nur zwei. Etwas weiter hoch liegt der nächste. Dieser dürfte nicht so stark sein, wie er ist. Der müsste jetzt was mitgekriegt haben. Ich mache jetzt mal einen Schwenk auf dieses Flussbett. Wo im Flussbett auch jetzt dort ziehen welche. Irgendwo hier im Flussbett liegen auch viele Makopolos. Ich finde es jetzt nicht. Es ist immer schwer mit der Kamera die Sache so gut rein zu bekommen. Auf der anderen Seite. Ich denke, es liegt hier vieles im Flussbett. Direkt mir gegenüber mache ich jetzt einen Schwenk. Wenn ich sie rein bekomme, stehen auch welche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Sache so da habe. Hier habe ich eben auch noch Kapitale gesehen. Nun, bei einmal.